Okay, irgendwie hat es bei mir nicht gespeichert und ich musste noch mal bis hierhin spielen. Ich habe ein paar Sachen vergessen, aber ich habe auch eine Sache wieder gesehen. Mit der habe ich schon geredet. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier zweimal durchskippen. Skipp, 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 skipp. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. So, das habe ich beim letzten Mal übersehen. Zeitungsartikel Nummer 1, das ist wichtig. Und hier hängt noch was. Warnhinweis, mein Gott, ich habe ja alles übersehen beim letzten Mal geführt. 2 von 39, ach du Scheiße, ist ja witzig. Wo waren wir beim letzten Mal noch? Moment, 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 da war doch noch was. Nee, ich konnte noch so zwei Dinger zusammen machen. Die machen, was ist das denn hier? Warum leuchtet denn das? Keine Ahnung. Hier war ich. Ich habe doch zwei Sachen übersehen. Was habe ich übersehen? Nee. Das ist die einzige Rechnung, die man kann. Okay, okay, okay. Hier raus. Hier rein? Yep, 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 das habe ich beim letzten Mal noch gemacht. Nee, Moment, stopp, mit der rede ich gleich. Jupp, okay. Genau, das habe ich noch gemacht. So. Sammeln. Noch fünf mehr. Okay, fünf fehlen noch. Nee. Nee, ich habe beim letzten Mal zwei gefunden. Wo war der zweite nochmal? Da fängt es schon an. Da war der zweite. Oder? Nee. Moment, wir quatschen mal kurz. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Ja, 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 komm. Haben wir schon. Ja, 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 ja. Ich werde das schon finden. Entspann dich. So, dann gehen wir mal hier zurück. Äh. Nee, 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 da war ich noch nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe beim letzten Mal zwei gefunden. Wo waren denn die zweite Dinge? Warte mal. Was ist mit der Leiche des Mädchens passiert? Antwort finden. Ermitteln abschließt. Du kannst jederzeit versuchen, deine primäre Frage zu beantworten. Aber oft ist eine sorgfältige Erkundung des gesamten Tatorts notwendig. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ein Puzzleteil habe ich. Kann ich die beiden irgendwie manipulieren? beeinflussen. Sie glaubt, ein älteres Ehepaar im Gebäude hat sie ermordet. Ich sollte versuchen, Informationen über jegliche älteren Mieter herauszufinden. Machen wir mal. Oh, Treffer. 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 Das war Hinweis Nummer eins. So, anscheinend hat seine Frau ein ziemliches Temperament. Wenn sie das Mädchen ermordet hat, wo ist die Leiche? Ich brauche... Achso, okay. Ja, erzähl mal. Hä? Funktioniert doch. Die Partys hat sie gestört. Ja, verstehe. Ja, okay. Und deswegen killst du jemanden? Cool. Coole Sache. Bolzenschneider. Schneider. Scheint, als habe... Was? Habe der alte Mann etwas mit dem Mord des Mädchen zu tun, aber warum den ganzen Weg bis zum... Was? Irgendein Steinbruch fahren. Warum hat das denn zwei von drei? Okay, aber ich hab... Ja, er mag den Sessel mehr als ich. Das ist aber traurig. Du bist so eine alte Schabracke. Stell die mal nicht so an hier. Antwort finden. Es fehlen noch drei Hinweise. Was ist hiermit? Aha. Aha. Enthöhen. Beim letzten Mal habe ich mich gefragt, wofür das war. Jetzt weiß ich's. Da hat jemand was verbuddelt. Gartenwerkzeuge. Was wissen sie über den Mord an den Mädchen? Ja, ja. Entspann dich. Okay, ich kann nichts mehr fragen. Okay, krass. Hm. Zwei Hinweise fehlen noch. Vielleicht er auch hier? Ne, er will nur reden. Ja, entspann dich. Ja, ich amüsiere mich wunderbar. Ich amüsiere mich prächtig. Ist klar. So, zwei Hinweise fehlen noch. Was ist denn das hier? Aha. Moment, was ist das? Ne. Ne, 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 ne. Hier sehe ich nichts, oder? Ich muss doch irgendwas übersehen. Ich muss auf jeden Fall in diesem Raum bleiben, richtig? Korrekt. Das heißt, ich übersehe zwei Sachen. Enthöhen. Break. Was steht da? Ed Crowey. In it. Ich kann da nicht lesen was. Break in Ed Crowey. Aha. Zeitungsausschnitt. Okay, okay, okay. Vier von fünf haben wir. Eins fehlt noch. Kann ich irgendwas? Ne, ich kann nichts mehr. Jetzt, was ist mit dem Fernsehen hier? Moment mal. Ne, ne, ne. Wie sehe ich denn das? So. Okay, wir haben Zeitungsausschnitt. Kinder brechen ständig in Steinbruch ein. Warum ein Interesse für diesen Einbruch zeigen? Gartenwerkzeuge. Schaufel, Handschuhe, Dünger. Hobby oder Mord? Anscheinend seine Frau zieht mit ihr. Das hatten wir schon. Okay. Was fehlt? Wo finde ich das? Das hatten wir schon. Ich muss zwei Sachen übersehen. Eine Sache muss ich übersehen. Oh, das ist frech. Wo ist denn das? Nein. Hm. Was ist damit? Seht ihr das? Was ist das? Hier in der Dusche. Was übersehe ich hier? Moment, ich frage sie nochmal. Vielleicht hilft die mir irgendwie. Ne, stopp, stopp, stopp. Ich muss mal das Mädchen fragen. Ah, hier kann ich nicht raus. Okay, cool. Interessant. Mir fehlt noch was. Mir fehlt eine Sache. Warte, vielleicht können die mir irgendwie helfen. Nope. Nope, alles klar. Das ist schlecht. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Okay, keine Ahnung, was für ein Symbol das ist. Da kommen wir nicht lang. Ähm, Moment mal. Hier können wir rein. Hier waren wir schon. Hier ist noch eine Kippe, die ausgemacht wurde. Okay. So, vielleicht kann die mir irgendwie helfen. Ich hoffe wirklich, dass sie etwas finden. Ja, aber doch nicht. Na, komm schon, komm schon. Was übersehe ich? Und warum leuchtet das Ding hier so? Aus dem Fenster starb. Wozu soll das schon gut sein? Das hilft mir nicht. Was übersehe ich denn hier? Na, jetzt mal ehrlich. Hinter ist auch nichts. Tisch, die zwei Hinweise habe ich gefunden. Nein. Irgendwie irgendwas. Nee, ne? Hm. Ich kann auch nichts machen mit dem Hinweis. Der leuchtet nur so. Nee, ich muss hierbleiben, ne? Na, okay. Eieiei. Das ist ja witzig. Ja, ich verste... Hier hört das auf. Warum? Was auf dem Boden vielleicht? Junges Mädchen, ach so. Also, entweder bin ich blind, ne? Oder ich bin blind. Also. Das ist ein schlechter Scherz. Ich laufe die ganze Zeit rum und sehe dann dieses kleinen Zettelchen hier. Also, wenn das Spiel schon so losgeht, ne? Ganz unangenehm. Hinweis 5 von 5. Notiz. Notiz eines Nachbarn. Ihr Nachbar hat die Stadt in aller Eile verlassen. Vielleicht hat sie etwas damit zu tun. Ich habe alle Hinweise. Kann ich jetzt irgendwas machen damit? Nope. Hä? Ach, Moment mal. Ich kann das auswählen. Ne, ist falsch. Ich muss die Reihenfolge der Einzelzüge. Ah, okay, okay, okay. Sag das auch gleich. Ein Mysteriöser Mord. Das ist eins. Dann vielleicht das hier. Yep. Das Games als Mann zählt auch dazu. Aha. Ich hab's. So nämlich. Das Spiel wird übelst schwer. Holy shit, das wird ja witzig. Na, das wird ja spaßig. Damn. Äh, die war hier irgendwo, ne? Nein, wo war die nochmal? Aber hier war die, hier. Hier war die. So, ich hab dein Problem gelöst. Ich weiß, wer dich umgelegt hat. Auf Liebe, bist du zufrieden? Hör zu. Du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Die ist nicht hier, ja. Sie ist zum Smithwick-Steinbruch. Ungefähr acht Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es gesagt? Du warst zu laut. Deine Partys haben sie nachts wach gehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich, ich hab sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Ja, siehst du mal, wozu ältere Leute in der Stande sind. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Gerne, gerne, gerne. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Ja, tust du ja auch. Ich hab mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Na, gerne doch, gerne doch. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals, danke. Tja, hör mal, der Zug ist abgefahren, ne? Jetzt brauchst du auch nicht mehr bereuen. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Ist klar. So, müssen wir hin. Hier oben, Männer. Oh, 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 oh. Da, was? Die fehlende Leiche. Aha, aha. Ingrid geholfen, Frieden zu finden. Hehe. Zack. Ach, warte. Muss ich noch einsammeln, ne? Shit. Vier weitere muss ich noch finden. Jawohl. So, hier kommen wir rein, oder was? Nee, hier komme ich nicht rein. Oh, was ist denn das? Was? Oh, das ist creepy. Das Mädchen ist wieder da. Oh. Hey, hey, komm zurück. Die sind nicht für dich. Ach, ist aber schade. Klasse. Sieht nach einer Art Code aus. Brauch also aus. Ja. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Da sagst du was. Augeid. 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 Augeid.